Hey, sie kenn ich! Warum kriegt jeder ein Brett und ich krieg's nicht? Also, es ist... Facecam Links? Ja, Jet. Ja, okay. Alter, wirklich, ihr habt Sorgen, Jungs. Das ist so krass. Das ist so krass, ey. Das ist so krass. Anstatt ihr sagt, ey, geil, Willi, dass du wieder streamst oder so. Ich lese jetzt das vierte Mal Facecam Links? So nach dem Motto, Bro, Cam vielleicht nach links, aber sonst richtig geiler Stream. Okay, reicht doch. Danke dir, nicht dafür, Bruderherz. Ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall ein bisschen überrascht bin. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich auf eine Person treffe, die ich schon kenne. Wenn mir jetzt jemand vorsitzen würde, den ich schon mal gedatet habe, selbst vor zwei Jahren, glaube ich, würde ich das merken, wenn sie sagt, aus welcher Stadt sie kommt oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich würde mich safe erinnern. Es sind halt viele. Oder? Rückblickend. Rückblickend, glaube ich schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.